So, ich bin's wieder, der Gustl. So, schaut ja so aus, als wenn die Dreckstärk endlich wieder weg sind. Jedes Jahr das gleiche Theater mit den komischen Fächeln. Was soll denn an denen so besonders sein, hä? Wir Geier sind die wahren König der Lüfte überfährt. Wir leben still und zurückzogen und machen fast kein Arche und kümmern uns um alles. Ja, wir sind sowas wie die heimliche Polizei. Wir haben in Fert kein Problem mit den Gänzen im Stadtpark. Und warum nicht? Weil wir Geier mit denen deeskalierend reden. Das läuft ja alles im Hintergrund ab. Das merkt ihr gar nicht. Stärk, dass ich nicht lache. Kommen wir da hin, verbringen ihren Urlaub da, machen Kinder und Dreck und dann hauen sie wieder ab. Ich brauch dich wirklich nicht. Also, oh, ich muss los. Ich glaub, ich hab grad da hinten auf der Bängerz zwei illegale Wildenten gesehen. Machen wir gleich drum kümmern. Merzlich, tschi. Servus. 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 Vielen Dank.